Mh, was gibt's schon? Ah, wir fallen tief, wir fallen tief, wir fallen tief. Aber ich will die Fische kaputt machen. Fische kaputt. Fischi. Stirb. Danke. Äh, zack. Ah, Minenfeld. Stirb. Stirb, stachel. Stirb, du auch, stachel. Ah, es hat sich gelohnt, hier zu kommen. Nervennahrung plus. Ah. Okay, ich hab vergessen, dass da die Stachel sind. Stirb, stirb. Warum dreht er sich nicht um? Stirb, 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 schneller. Nein, stirb, jetzt. Stirb, 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 stirb. Mensch. Stirb, 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 stirb. Dankeschön. Wir gehen mal ins neue Gebiet rein. Bababam. Die Arena. Oh, das hört sich vielversprechend an. Ich wette, oh, Arena, das heißt doch, Colosseum, heißt doch, Boss. Äh, nein. Äh, Strahlskeletz. Achso, deshalb Strahl. Was? Was ist das? Killerumhang. Aua. Au. Ich sterb schon wieder fast. Hier muss irgendwo ein Speicherpunkt sein, das weiß ich. Weil neues Gebiet ist gleich immer irgendwo Anfang Speicherpunkt. Ah. Strahlskeletz. Was für ein Dreck das ist. Wie kommt jemand auf ein Skelett, das Strahlen verschießt? Das war knapp. Äh. Wir haben nie die Seele. Tot. Äh. Nein. Aktivieren. Danke. Ja, noch getroffen. Aua. Triff doch. Triff. Triff. Gut. Ah. Apropos. Ich brauche Skiller ja nicht mehr. Da kann ich Kopfhierer nehmen. Und. Wir nutzen Trank. Nur bis zum Speicherpunkt. Und dann hätte ich auch gerne einen Teleporter. Wieder. Stirb. Stirb. Ah. Boah, das war knapp. Stirb. Stirb. Nein. Nein. Okay. Plan B. Letzter Trank schon versemmelt. Wir rennen einfach zum nächsten Raum. Wir rennen jetzt ein bisschen durch. Nein, da ist auch nichts. Äh. Oh, noch nach oben. Wo die Viecher sind. Das heißt, hier ist... Hier aber. Oh, ein Teleporter. Ja, da tut's auch. Äh, ja. Wenn ein Teleporter da ist, dann kann ich gleich mir meine Tränke nachkaufen. Das heißt, wir teleportieren uns hierhin. Ninu. Wir brauchen Tränke. Wir brauchen Tränke. Ziem. Aua. Stirb. Stirb auch. Und. Hallo Hammer. Hier, die Frau da drüben. Ist bei dir alles okay? Okay. Keine Ahnung. Sie wurde ziemlich schlimm verwundet. Meine Medizin würde nicht viel helfen. Ich hoffe, sie übersteht's. Ja. Ich auch. Weil die nämlich haargenau mein Typ ist. Na ja. Musst du mich ums Geschäft gemeint. Was hättest du gern? Ja. Ehepaar von morgen. Ich seh's. Äh. Ja, Tränke kaufen. Aber. Du hast sicher bestimmt jetzt auch wieder neue Waffen, die mir viel zu teuer sind. Äh. Ja. Ich könnte mir entweder die Rüstung kaufen. Also den Goldharnisch. Oder. Das Schwert Ascalon. Hm. Ascalon war es hier so um die 50 Stärke erhöht. Also Angriff. Oder hier. Ups. Der Goldharnisch, der ich hier nur so ein bisschen Verteidigung erhöhe. Lässt Geisterhäufe erscheinen. Äh. Ja, also. Oh, das Purpur Cape könnte ich mir auch noch holen. Blutroter Umhang. Okay. Dann kaufen wir so ein Ascalon. Da. Klingling. Und. Das Purpur Cape. Klingling. Ah, ich bin noch nicht fertig. Aber Tränke. Dann kann ich jetzt noch zwei kaufen. Äh. Erstmal ausrüsten. Ähm. Hä? Ascalon. Ascalon. Ah, da. Also es gibt wieder einen Rundrumpenangriff. Finde ich schon mal gut. Und. Ausrüsten. Wo ist? Runring. Ach so, ja, das. Pupu Cape. Ach, das hatte ich schon. Fuck. Äh. Okay, das war ein Fehleinkauf. Ich verkaufe es gleich wieder. Und hole mir dafür noch einen Trank. Ja, ich bin blöd. Warum kaufe ich mir das auch noch? Bevor ich angucke, was ich verkaufen könnte. Schaff. Gewand. Wie viel habe ich davon? Drei. Können ich alle nachher für Tränke ausgeben? Uhuhu. Pupu Cape. Einer, reicht ja. So. Kaufen. Tränke. Manche mehr. Das muss mehr sein. So. Gut. Da. Die eine liegt auf dem Boden. Da sammeln sich immer mehr Mädchen an. Wir haben den hier. Alter. Das ist Hammer. Okay. Ja, der Verkäufer ist noch... Scheiße. 200 Schaden. Damit hätte man zum Tod gehen müssen. Bam. 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 Und ich habe wieder rundum angefacht. Das ist richtig geil. Äh. Bam. Bam. Ich muss kurz speichern. Weil der Speicherpunkt dort hinten mir viel angenehmer ist. Zack. Können wir doch eigentlich auch noch angehalten. Äh. Zack. 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 Ja. Die müssen ja nur kurz irgendwie treffen. Dann bekomme ich ja auch... Ah. Das mache ich. Äh. Ja. Ich bekomme ja dann auch noch irgendwie IP. Bis ich zum... Speicherpunkt angekommen bin. Habe ich sicher auch noch wiederum... Ein oder andere mehr IP. Okay. Speichern. So. Wir haben gespeichert. Juhu. Jetzt können wir auch wieder in das... I-Arena gehen. Aber... Wie viele Tränke habe ich eigentlich gekauft? Sechs. Reichen die? Ich bin zweifelst, ehrlich gesagt. Oha. 201. Wir werden besser. Die Reichweite ist zwar nicht so groß, aber vollkommen genug. 200. Und... Zack. 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 Und... Wie immer gibt uns Zombies so gut wie gar keine Seele. Das stand irgendwie 195, wenn ich mehrere auf einmal töte. Jupp. Zack. Ich habe zwei auf einmal... Und... Bam. Hilf mir zuerst nicht. Gut. Äh... Hier gibt es eigentlich nichts. Oha. Da ist er jetzt mit einmal tot. Da gibt es auch nichts zu erkunden. Gut. Dann gehen wir zurück. Ähm... Ja. Hier. Oder? Doch. Äh. Ich habe auf der anderen Seite das Wasser noch nicht erkundet. Soll ich... Erkundungsmensch. Ich mache das jetzt natürlich. Weil ich so ein erkunderer Mensch bin. Der... Einfach nicht... Stillhalten... Äh... Stillen bleiben kann. Wenn er nicht das jetzt angeschaut hat. Was da ist. Oha. Ich wollte eigentlich... Nicht beschleunigen. Wow. Was macht es jetzt eigentlich, wenn ich... Schlag? Oha. Hammer fielst du das ab. Oha. Stirbt. Stirbt. Oha. Ich habe noch 200. Wie fies ist das? Äh. Jetzt. Wo war es? Okay. Ich muss weiter. Ich muss noch weiter. Ich muss noch weiter. Oh. Ich war noch gar nicht unten. Zack. Da sind auch wieder die Gargoyle. Aber jetzt verrecken sie irgendwie mit einem Schlag. Vorhin haben sie es nicht getan. Oh. Runter. Schl... Ey. Du sollst eigentlich sterben. Hier ist nichts. Ah. Hier. Ich hatte irgendwie das Gefühl. Was ist das? Pudding. Wir haben Pudding gefunden. Wackelt und glibbert. So haben wir unseren Pudding gern. Schön wackelig und glibbert. Unterirdischer Friedhof. Du. Du. Ja. 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 Joa. Ja. Was geht ab? Geh weg. Geh weg. Du bist tot. Giprof Level up Speicherpunkt, Speicherpunkt Da oben Den kann ich mir nehmen, der ist nicht so weit weg Müsste ich auch In meinem Leben kurz halten können Ohne, dass ich Den Trank verwende Müsste eigentlich relativ schnell gehen Wenn ich normal springen würde Und, ja Was ist eigentlich, dass jedes Mal was da durchfliegt Ach so Geht doch nicht so schnell, wie ich gedacht hab Gut, dann machen wir es so Wir rasen da durch Ach dann, wir können da Wenigstens hier durch Oh Ging doch einiges Äh Jetzt können wir weiter rasen Zumindest, na Hinter dem Viech Ach gut, es hat gereicht Und Wir rasen weiter Und Höher Und Waren wir hier? Nein, wir waren nicht hier Ah gut, dann gehen wir nachher auch noch hier hin Weil da wollte ich ja eigentlich essen Aua Aua, Gift Oh Okay, ein klein Haa, einen kleinen Tränkel brauche ich Stirb, stirb Stirb, stirb, stirb Stirb Danke Ah, ich schwimme jetzt auch noch nie Ich bin nicht Auf dem Boden Äh, äh, war nichts Zack Oh, das war's Geh Äh, ja Das ist egal, ob wir jetzt schwimmen oder nicht Okay, ist runtergesprungen Gott sei Dank Äh, schneller, schneller Aua Oh, das war gemein Das war gemein Zack Zack Vorsichtig Gut Er ist auch tot Äh, und wir gehen weiter Wo ist der Speicherpunkt? Einmal da quer durch Kann ich Ja, ich kann da so durch Oh, komm, den machen wir Der gibt's Nein Nein Das hab ich voll nicht erwartet Nein Ihr habt das voll nicht erwartet Dass jetzt Nein Oh, Gott Falsche Richtung Immerhin muss ich nicht nochmal einkaufen Och, nein Das Teil hat mich verarscht Ich hab voll mit der Hand nicht gerechnet Oh, komm Na, komm Ich heiz da kurz Durch Oh, zang, 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 zang Kurz geltern Oh, das hat mich eiskalt verarscht Oh, ich bin so blöd Ich bin voll reingefallen Jetzt komm Teleportiere mich kurz, danke Äh, schnell runter Ah, ich will nur durch Lass mich nur kurz durch Ich renne durch Ah, ja, okay Ah, mehr Energie als vorher Bin ich auf dem Teil gestanden? Äh, da war er sowieso nichts Da war der unterirdische Friedhof Jetzt hab ich schon vergessen Wieder was da war Warte, ich möchte es jetzt töten Okay, ich hab's nicht getötet Warten, warten, warten Jetzt Okay, ging natürlich wieder nicht Äh, durchheizen Nein, ist sogar gestorben Storben Und Stirb Und du stirbst auch Gegengift Dankeschön Stirb 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 Ja, oah Ascalon ist meine neue Lieblingswaffe Stirb 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 Dankeschön Und Stirb 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 Aua Und stirb jetzt Ja, komm, mach was kurz Zuck, zuck, zuck Ja, ist auch tot Äh Höher Und Noch höher Ach, hier war Was ich noch nicht hatte Stirb Du Also Das ist Dieser eine Komische Teufel Egal, ich hab ihn auch besiegt